Willkommen zurück. War das ein Blutmond? Meine Güte, Junge. Einige ist hier kaputt gegangen, ne? Was heißt kaputt gegangen? Also müssen wir mal klötzen, haben wir da alles gebrochen. Und dann will ich mal drüben gucken, wie war es? Jetzt fände ich Schrotflinten da drüben gar nicht geschossen haben. Achso, und dann habe ich ein neues Future, ne? Jetzt passt es mal auf. Waffe, 9 Millimeter. Schaufel. Elektro. Sprachsteuerung. Waffe, 9 Millimeter. Waffe, 9 Millimeter. Na ja, ich muss mich ein bisschen gewählter ausdrücken. Thüring, ich kann der Computer nicht. Verdammte Axt, Mann. So, ach, da scheint da jetzt nicht alles passiert. Na ja, Hauptsache Elektrozäune haben sie verliebt. Da hängen noch alle. Da hängen auch noch alle. Wurrer. Uh. Na ja, dicke Bumbe. Äh. Äh. Oder? Äh. Weiß gar nicht mehr. Was habe ich denn da hängen gemacht? Äh. Dicke Bumbe. Äh. 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 Waffe, Schroti. Oder auch nicht. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Äh. Äh. Ähm. Äh. Ähm. Ganze Elektrozäune sind hier durch. Hängen alle durch. Hier fehlen zwei Klingen. Waren die alle voll, ja, ne? Dann haben sie ja doch geschießt. Okay. okay 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 punkt vernubelt also hier das heidenloch ja muss mal auch da flicken dann gehen wir mal hier weiter wir haben sie einen block weggeschlagen na gut wollte ich ja sowieso hier so weiß nicht ob ich die wieder raus holen und ob ich die nicht hier irgendwo mit einem pflutschel hier rennen wir nur oft genug dran vorbei ich meine die da bringen ja nix so lang eigentlich so was nie passiert haben sie am block weg gehauen oder was und hier haben sie die ganzen platte die ich drüber gebaut habe haben sie weggewamst da ja auch alle plötten weggewamst was ist nie kaputt gegangen was war denn hier was ist mir abgefallen ich sehe jetzt nicht ich habe keine ahnung was das hier war die ist kaputt die müssen wir reparieren hier sind klar sämtliche starre fallen weg hier drüben hat es auch ein heidenlochen eingewomst die noch herstellen ich hab doch shitty gesagt und jetzt kommt auch so jetzt nicht die waffen wechseln waffe axt und der nobel doch war der andere aus na den habe ich ausgemacht okay na gut die werden alle leer geschossen sein ist klar ne munition herstellen hier müssen wir durch verflicken ja auch da hier hier sieht es ja ist ja gut dass sie da die geschützt haben wir alle hier rüber schießen wenn die vorbei rennen treffen die heute mal nicht immer da werden wir hier im taun zerteppern und den boden einschießen und hier ist auch etwas kaputt auch die hüte steht immer noch da diese mehr durchziehen sollen die da drüben mal wegkommt die ganzen plötten sind weg so schauen wir hier drinnen der ist leer naja also hier waren sie auch oft genug drin hier haben sie einen block weggewamst hier fehlt auch wieder die platte oder was weiß ich was hier ist mal reparieren hier ist auch etwas abgefallen irgendwas ist da drin ich weiß nicht oder was lauf schon drin ich weiß nur nicht mehr ja gut ok naja nicht so schlimm wie erwartet eigentlich weil hier sind sie kaum durch gelöst ne die stehen auch noch da muss ich nur ein paar pfeiler hin machen nur soweit ist eigentlich alles ok wir werden sie diesmal ja nicht nicht dran gekommen sein können obwohl da eine haufen schon über fehlt ich will hoffen dass die hier noch in ordnung sind leer geschossen alles leer geschießt ach tja nun gut was mit ich also bist alle ja hm also brauche ich für euch auch noch munition ja nun wir brauchen messen dann ne ne hülsen haben wir genug ah hier bleib aber was hast du hunger äh das habe ich jetzt nicht einprogrammiert äh essen ähm droni droni hier verschwindest du mal so ich sehe dich überhaupt nicht mehr na komm es noch ein 112 hm da sollte ich gleich reichen rüstung sind aber auch defekt ne was ist denn da oh ja hier da da und da da und na komm dann machen wir gleich wenn wir einmal dabei sind machen wir gleich alle hier also reparieren also beim nächsten blutmond äh ne und sprachsteuerung das ist bestimmt lustig wenn die der computer mich nicht versteht ne mh elektro ja cool waffe axt waffe axt waffe axt hallo jetzt manchmal hängt der computer ein bisschen hm waffe 9mm waffe 9mm waffe 9mm naja gut da muss ich mich also darf ich kein thüringisch sprechen da muss ich hochdeutsch quatschen so humbug ja brauchen wir jetzt dann bald mal oder haben wir sogar noch eine gehabt erst mal das wegschmeißen noch mal nicht vor also dat da gut ich wollte mir 찐 für den nächsten blutmond zum reinbeweichen ya Esa hm ich sehe schon wir brauchen heute Klötzer, ne? Wo waren die Linden? Habe ich die hier schon gespeichert? Äh, nö. Ähm. Holz. Klötz. Hier. Machen wir mal. Wie viele kannst du denn? Machen wir mal. So, äh. Machen wir mal. 100 Stück. Ah, gut. Ja, die Bauerstmeister. Dann haben wir hier noch Ei. Ein Ei, was weg muss. Hier, zum Kochen, ne? Ach so, ja. Weil ich habe ja hier oben eine 12 Helder, ne? So, dann habe ich hier noch Werkzeugteile. Genau, und noch Dosen. So, dann hier nochmal für vorne. Erste Hilfe hier. Messing, jawohl. Messing, Messing brauchen wir, ja. Messing, ja. Also Messinghülsen haben wir ja dann erst mal hier nur. Ach, hier sind noch 26 Klötzer. Hm. Na gut. Dann schmelzt das mal weg. Wie sieht es mit meinen Glasscheiben aus? 14 Stück haben wir fertig. Und dann brauchen wir hier ein paar Holzklötzer. Das haben sie doch selber in der Tasche. Mensch. Ich lege den mal da hin. Äh. 25, kannst du mit der Glasscheiben machen? 12. Okay, naja. Besser wie nichts. Woran liegt es wieder am Schland? Land fehlt. Ist gerade die Hälfte her hier. So, dann hier. Machen wir so. Machen wir 1, 2, 1. So ein 16 Minuten sollte reichen. Ne? So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann habe ich hier nochmal... Ja, haben wir Bände hier drin. Was ist denn da los? Ähm. Hier, die... Ach so, die haben wir ja hinten eingelagert. Stimmt, ja. Hier, ne? Ähm. Klamotten-Teil. Ausstürf. So, erste Hilfe hier. Der Button fehlt mir noch. Erste Hilfe, den muss ich noch einprogrammieren. Das kann man verkaufen, weil wir haben genug. Kann man verkaufen, weil wir haben genug. Bin ich verseucht? Nö. Dann habe ich noch ein... Bio. Können wir verkaufen. Was ist mit der? Können wir zerlegen. So, hier die taktische muss ich noch, ne? Eigentlich hatte ich ja noch gesagt, dicke Wumme, aber... Oh, auch jetzt hat er es gemacht. Ha. Dicke Wumme. Okay. Jetzt hat er es gemacht mit der dicken Wumme. Wenn ich jetzt Waffe Schrotti sage. Waffe Schrotti. Hm. Schrotti? Waffe Schrotti? Weiß gar nicht, habe ich da eine Waffe davor gemacht oder nicht? Hm. Naja, gut. Waffe Desert. Habe ich Waffe Desert? Hm. Waffe 9 Millimeter. Hallo? Computer? Ausschalten. Hm. Einschalten? Ein? Aha. Okay. Naja. Waffe 9 Millimeter. Hm. Hallo? Waffe Axt? Irgendwie hängt der Computer wieder, ne? Da muss ich noch mal gucken, wie das ist. Alter, das funktioniert aber so halbwegs. Ach, ach, jetzt hat es alles, na, habt ihr es gesehen? Alles nacheinander gemacht, der Tollo. Na ja, muss ich mal gucken, was damit ist. Wie ich das am... Dass er mich ja versteht, wenn es hier los ist, ne? Also wenn wir in den Zombies rumrasen. Was ist denn hier eigentlich schon wieder alles? Wieso ist denn das hier alles schon wieder so... Hat sich da einer durchgegraben oder was? Oder was ist hier los? Ja, das ist ja alles kotzer Bruch, das ist klar. Gut. So, dann brauchen wir... Was brauchen wir denn alles? Das ist mal Isen, ne? Das ist klar. Isenbarn. Dann elektronische Teile. Oh, ich habe jetzt eigentlich... Was? Wie? Was? Wo? Was? Au, 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 au. Wieso ist denn der noch ein? Aua, au, au. Autsch. Was ist denn da los? Jetzt hat er gerade jetzt hier Waffe 9mm, äh, ne? Was ist denn jetzt hier noch ein? Ähm, auch er hier, ne? Auch hier, ne? Äh, 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 äh? Er hier, Robert. Er muss ja ein sein. Sonst gehen ja die Batterien alle leer, ne? Aus jetzt der... Da progen, ne? Den hätte ich auf den Schalter mitschmeißen müssen. Hm. Gut. Huch. Da wissen wir ja, was wir zu tun haben. Wo hast du denn das Klaus hingeschmissen? Dann machen wir erstmal hier unten dicht. Sovor es oben weitergeht, werde ich mal meinen. Äh, hier. Und, äh, hier. Und dicht machen. So, dann ist hier nämlich schon mal zu. Ja, nochmal Stellung kopieren. Zack, und... Ja. Hallo. Hallo. Ja. So, der da. Wollte ich hier, hier wollte ich ja noch eine Tür reinmachen, ne? Ich wollte hier eine Tür, oder wollte ich nur eine reinmachen? Ja, eine, ne? Eine. Und zwar, wenn ich von oben runter springe, muss ich die Zombies ja irgendwie... Also, ich komme immer eher von der Richtung rennen, als von der Richtung. Das heißt, ich muss da oben eine Tür reinmachen, um hier runter zu springen, um dann hier rauszurennen. Weil ich mich erstrehen muss, und dann mache ich hier, glaube ich, zu, ne? Ähm... Dann mache ich hier zu, oder was? Ja, na ja. Ja. Sonst kommen wir ja nie hier hinten in die Ecke hin. Ne? Also, wenn ich da hinten eine Tür habe, dann kommen wir ja nie hier hin. So, hast du jetzt hier... Ne, ne, ist falsch rum. Eigentlich könnte ich Doppelscheiben hinmachen. Lass gucken wir uns dann mal an, wie das aussieht, wenn ich da zwei Scheiben reinmöge. Das hält natürlich dann länger, ne? Weil ich immer so Angst habe, wenn die ganzen Schütztürme, die wir reinbauen, dann alle mit einmal schießen. Ja, äh... Die treffen wir ja nicht immer hundertprozentig. Sieht man ja drüben an den Zäunen, dann sind ja irgendwann hier die Scheiben gebunden. Und der Blutmohn ist ja jetzt nicht in fünf Minuten erledigt, ähm... Aber das machen wir auf alle Fälle mal hier. Wir stellen hier drei hin, hier noch einen hin, da drüben drei hin, und dann hier irgendwo noch einen hin. Oder hier vielleicht zwei hin. Na, äh, ja, na ja, mal sehen. So, dann müsste das ja hier einhalten, mal ein paar Schläger tun hier unten drin, wenn die alle von oben herunter porzeln. Jetzt müssen wir uns dann eben nur überlegen, wie wir es dann dort machen, ne? Weil das Tor hat jetzt nicht alles so lange gehalten, wie es ausschaut, ne? Was brauche ich denn da überhaupt? Bestimmt auch wieder Eisenbahn. Nehmen wir mal hier, äh, Stolpern mit. Machen wir so. So, dann brauchen wir noch, ähm... Elektroteile, Mechanische-Teile, nehmen wir alles mit, nehmen wir Rohr mit und das war's eigentlich, ne? Müsst man eigentlich alles mit reparieren können. Und das hat sich hier schön zerlegt. Hä? Was? Du, was, was, was? Da brauchst du nur Eisen, du verdammte Axt. Äh... Habe ich noch Eisen oder musst du jetzt schnell hier... Ah, wir haben noch, okay, alles klar, alles ist erledigt, gut, alles klar, juhu. Hm, du sollst nicht hier, du sollst das Tor reparieren und ich ja nicht hier, ne? Das waren 300.000 oder das Tor, ne, 30.000. Hm? So, aufhärben geht nicht mehr. Gut, dann haben wir das ja auch erledigt. Schaut's mit dich aus. Wo bist du denn ab nun? Ich muss jetzt mal hier die Kamera abreißen und ich komm nicht mehr an mein eigenes Haus rein. Das wäre ja dann erst noch... So, Schatzen, ja, das kann man nicht aufhärben, ne? Ne, schau dir. Ähm... Na gut, bis auf die Ecken. Die kann ich natürlich nicht doppelt bauen. Das wäre ja schön, wenn die einmal nochmal drum passen würden. Na gut, aber eh die Ecken kaputt gehen, ne? Eigentlich so gesehen. Na gut, ich meine, die schießt auf die Ecke. Na ja, kommt auch rein, wo die Zombies sind, ne? Ähm, ja. Gut. Hast du nochmal ein paar Scheibchen gemacht hier, eventuell? Oh, hast du fertig? Stolz auf dich. Wieso hast du denn eigentlich hier noch... Achso, brauche ich mir nicht. Wieso sind hier Messing drin? Äh, ähm, hier brauche ich doch kein Messing für. Naja, äh... Sechs. Okay. Hm, was ist denn, wenn ich jetzt schaufel so auch? Schaufel? Ah, da kriege ich natürlich die, ne? Ja, gut, weil ich den da belegt habe. Okay, alles klar. Oh. Nee, nee, ich muss hier, ähm... So. Ah, ja, ja. Ich meine, da sehen wir ja alles wunderbar, wenn hier drinnen was passiert, ne? Da kommen wir ja schön hier hineingucken. Okay, aber natürlich werden wir das Licht ausmachen. Hm, das hast du jetzt wieder gemacht. Könntest du hier nicht schon wieder Dinger hinsetzen, die da nicht hingehören? Mensch. Dann haben wir noch ein bisschen schneller. Äh, Junge, Junge, fliegt ein baldere Antwort. Du solltest eigentlich nur das Licht ausmachen, weil das hier ein bisschen, naja, müssen wir ein bisschen Licht reinbauen. Das kriegt man ja noch hin. Ja, dann wird man hier drinnen das schön sehen und wir hier nicht Blending machen. Weil, was ist denn jetzt Blending? Okay, Blending hier geht's auch. Ein. Ein. Mhm. Hm, okay. Dann kommt da wieder eine Tür drüben rein, dann können wir die nach oben verbauen. Gut, dann gehen wir aber hinten rum, dann können wir nämlich gleich noch ein bisschen was reparieren, ne? Tüt, tüt, tüt. Und schwuppliwupp. Wie ist schon wieder alles dunkel, warum was? Was ist denn da los? Vertreten alle schon, oder was? Wir brauchen unbedingt nochmal, wir brauchen unbedingt nochmal, ja, ist rein. Hör, mach erst aus. Okay, wie soll's denn da aus? Hör, hm, ja, nun. Mach unbedingt nochmal Salatzellen, ne? Wollen wir da nochmal Salatzellen organisieren? Wollen wir so ein Händler-Muster mal, oder ein paar Salatzellen, oder ein paar Salat-Panel, oder? Ne, alles aus. Ich dachte, wo hier? Was ist denn jetzt? Ah, da fehlt, hm. Willst du mich verarschen? Da willst du die Eisenbahn haben, oder was? Hm. Na, Eisenbahn. Haben wir hier welche, zufälligerweise? Ja, zehn Stück, na, uh, das wird nicht lange reichen. Na, und ich bin hier ohne Munition rumgerast, ne? Weil ich alles hineingeschmissen hab. Wo ich zwischendurch mal leer gemacht hab. Meine Taschen. Ne? Na, muss ich gucken, was da los ist. Also, Sprachsteuerung, der hört manchmal Sachen und macht eigentlich, was er gar nicht soll. Also, wir wollten ja hier noch wieder Betten weg tun. Brauchen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Das auch nicht mehr. Gehen weg, gehen weg, gehen weg. Können wir ja bald wieder einen Händler-Tour machen. Und ein paar Koffen. Dann haben wir noch mal ein bisschen Eisen. Das behältst du aber mal. Das Messing, tust du hier rein. Äh, wo ist es hier? So, die Rohr behalten wir. Jawohl. Lalalala. Waffe, neun Millimeter. Waffe, neun Millimeter. Aha, na gut. Muss ich ja gewählt aussprechen. Ähm, nee, äh, doch. Oh, äh, nee. Werkzeugteile war auch. Da war sieben Stück dabei. Klamattenteile. Ja, wie gesagt, könnte man sich auch noch verkaufen. Ah, das ist ein R2700. Das ist ein, hm. Da haben wir nur schon die ganze Stahlkacke an, ne? Naja. Sag mal, was die Kiste voll ist. So, dann haben wir hier noch's, können wir zerlegen. Muss man überlegen, ja, weil ich immer noch ein Sofa habe, ne? Da kann ich nicht einfach alles zerlegen, aber hier kann ich es ja noch tun. Aber auch voll. Aber die will ja keiner haben hier, ne? Die sind ja nur Schwert, ja. Hm, ja, was machen wir jetzt? Die will ja mal keiner haben, ja. Verbände können wir mal ohne Ende herstellen, hm. Verbandskästen wären aber wichtiger. So, wir haben auch schon mal zwei Verbände übrig. So, jetzt müsste man eigentlich alles haben, was wir brauchen zum Reparieren. Papier brauchen wir auch nochmal, das heißt, wir müssen auch nochmal looten gehen. Looten, bis wir glooten. Müssen wir looten. Vielleicht mache ich da Doppelscheiben hin. Das müssen wir noch nicht. Ja, ich weiß ja nicht, wie schnell die Geschützturme oder eine Scheibe der Doppel drüben. Wenn sie dann ständig daneben schließen. So genau sollen die ja nicht sein, habe ich ja gehört, die Geschützturme. So, jetzt aber. Was ist denn jetzt schon wieder? Ne, ich hab doch... Hä? Ach, wisst ihr was? Leck, die Bolle. Okay, und dann müssen wir nochmal zwei nachbauen, ne? Ding, ba-ding, 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 ba-ding. Achso, jetzt seid ihr noch gar nicht fertig. Okay. Früher hast du das mal einmal gemacht, jetzt musst du zweimal drauf machen. Dass es richtig repariert ist. So. Da, da, da. Okay, da komme ich nicht hin. Achso. Hier hat es eins zerlegt. Zwei hat es zerlegt. Der ist noch in Ordnung. Na, da können wir mal. Hier können wir mal. Na, komm. Wir haben es doch. So, ne? Gut, die haben aber geschossen wenigstens. Eigentlich hätte ich die genau hier hinsetzen. Na, genau hier eigentlich. Genau hier wird es mittendrin reinsetzen müssen. Dass wenn die Zombies hier... Na gut, ich meine, da schießen die ja trotzdem, ne? Auch wenn die... Na, eigentlich müsste... Hallo? Schießen die ja eigentlich trotzdem. Wie kommst du jetzt auf 9mm? Na gut. Wie schaut es hier aus? Zack. Was? Hm, das ist doch Eisen. Normale Eisen. So, hier wollte ich ja noch eine Klappe bauen eigentlich, ne? Kommt die genauer, der fällt rum. Entschuldigung. Oh, was ist denn hier passiert? Entschuldigung. Ach, was? Haben sie es auch wegeruft, hier? Na gut, der ist ständig unten explodiert, ne? Das ist eben immer so eine Sache, ne? Da müssen wir mal ein paar Klötzchen neu bauen. Ja, hier ist es auch ungedutzt. Na, fehlt Beton, fehlt Beton, fehlt Beton. Ja, habe ich alles vergessen, Entschuldigung. Wie schaut es mit euch aus? Na gut, was wollten wir hier kaputt gehen? So, die haben wir alle, ne? So, also die drei sind kaputt gegangen. Fehlt auch eine. Hier fehlt auch noch eine. Also drei müssen wir nachbauen, okay? Ja, haben wir Erde mit. Gut, wir haben kein Leben. Na, muss ich nochmal Leben organisieren. Zwischen Erde bauen. So, jetzt probieren wir es nochmal. Ich habe es zwar Schaufel genannt, ne? So, Waffen, 9mm. Waffen, 9mm. 9mm. Na, hallo. Elektro. Na, da geht, ne? Elektro geht immer. Oder Waffe, Axt. Geht auch, oder nicht? Okay, entweder rede ich zu schnell. Waffe, Axt. Aha. Dicke Wumme. Ah, die hat er wieder verstanden, ne? Ist klar. Computer, ne? Dicke Wumme, verstehst du? Ne, ich habe jetzt, äh, ich wollte jetzt nicht dicke Wumme. Nein. Muss schon mal andere Wörter einfallen lassen, ne? Die da auch besser versteht. Der Computer. Was? Achso, stimmt. Die müssen ja zweimal drüber. Da nochmal, da nochmal und da nochmal. Fehlt eigentlich hier irgendwas? Stand da war ja auch noch eine Klinge. Ich glaube, hier war noch eine Klinge. Naja, gut, werden wir zehn Stück bauen. Hier müssen wir dann noch Platten hinmachen wieder. So, die Elektrozäune. Was ist denn da jetzt schon? Ach, da will ich auch da Eisen bauen oder was? Was für Elektrozäune brauche ich Eisen bauen? Hm. Ich dachte, da brauchst du das Elektrogramm. So, das ist doch ganz. Ich plant ja nicht noch ein Schrotteturm. Ich plant ja nicht mal drei. Ich plant ja noch mal drei, oder? Wie kommst du denn jetzt schon wieder ständig über der Reihe? Naja, stimmt. Hier war noch andere Dinger drin. Kann sein, dass er da irgendwas... ...immer denkt, was ich sag. Aber gar nicht gesagt hab. Da sind alle leer, ist klar. Gut, Eisenbahn. Haben wir das erst mal hinter uns, so einen groben Kram zum Reparieren. Ich sag, den groben Kram reparieren. Wie kommst du denn da auf Axt? Hm. Naja, gut. Ah, schon der Nacht. Was braucht man? Eisenbahn, ne? Da experimentiere ich ja noch rum mit dieser Sprachsteuerung. Aber es macht Laune. Ähm. Aber es macht Laune. Wie kommt es jetzt wieder auf die 9 Millimeter? Also irgendwie, äh... Schwierig. Vielleicht deutlich schwierig, nein. Da kann er das Wort aber verstehen. Wir hüben, der ist mal kaputt, ne? Genau, der ist kaputt. Dann müsste hier auch eher kaputt sein. Ich weiß doch nicht, wie die Schroittürmer, wie sie das hinkriechen. Dass die Schaden nehmen, hier drinne. Halt. Ich sag da halt. Und da kommt... Also, ähm... Na. So. Dann habt ihr ja alle gesehen, was nach dem Punkt, wo uns so alles kaputt ist, ne? Da muss ich die anderen Befehle rausnehmen. Manchmal hört er Sachen und macht, was er will. Was ist mit euch? Ihr habt überlebt. Ja, gut. Geht er eigentlich. So. Hier hat mal einer mehr gestanden. Genau, die hat's... Da standen ganz oft viele, wie's aussieht. War gar nicht so verkehrte Dinger hier hinzumachen. So, hier hing da auch mal eine, ne? Wie gesagt, hing. Hier hängt aber keine mehr. Uh. Also, muss ich noch ein Klotz reinmachen? Ja. Merkst du mir? Gut. Ach, hier fehlt eine Klinge volle? Okay. Hammer. So, da ist das auch repariert. Oh, ich mein, so ist gar nicht viel kaputt gegangen, ne? Wenn nur die Klinge volle, die es zerlegt hat. Was ist mit euch? Ihr dürft eigentlich gar keinen Schaden gekriegt haben, ne? Also, wie auch immer ihr Schaden gekriegt habt. Oh, ja, schön. Also, ich kann hier nicht reparieren. Ich kann hier nur eine Hand nehmen. Oh, ja, hier. Den hat's aber ganz schön. Ähm. Nee, 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 nee. Oh, dann machen wir Licht hier. Oh, ja. Gibt's da der Post? Nicht? Gut. Na ja, keine Rechnung. Eigentlich schlecht. Und in den Wochen haben sie aber halt zerrupft. Mhm. Das solltet ihr. Okay. Ja, hier sind auch hier ein bisschen Beton, ne? Okay, da haben wir das, das, das. Haben wir alles. Ich sagte okay. Hm. Mal gucken, was da noch... Hallo? Okay. Hm? Okay. Okay. Hm. Ständig. Oh, hier haben sie ein Kitter beigerupt. Hm. 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 Gut, dann danke ich euch fürs zugucken, ne? Auch wenn heute nicht viel passiert ist. Aber wir mussten ja erst mal gucken, was hier so Sache ist, ne? Meist haben wir erst mal das Gröbste haben wir schon mal repariert. So, hier den Boden machen, ein bisschen Lehm zusammensuchen. Kann man hier auch gleich wegnehmen. Äh, Schaufel. Schaufel. Aha. Jetzt hat er reagiert. Könnte ja fast sagen, alles hört auf mein Kommando, aber so richtig funktioniert es ja noch nicht, ne? Aber bald. Was ist denn mit den Nestern hier? Wieso gehen die eigentlich nicht mehr kaputt? Also zumindest das hier und euch machen wir auch noch eins, ne? Wo war's? Jo. Ne? Die gehen euch nicht mehr kaputt. Hier haben wir noch eins. Das machen wir. Nicht, dass es daran liegt hier, aber ich glaube es nicht. Das ist uns kaputt gegangen. Hm. Das ist das verbuchte Nestern. So, das heißt der Eingang muss dann hier hin. Dann machen wir am besten auch gleich eine große Lupe, ne? Also eine Doppeltür. Äh, machen wir Elektro. Elektro? Hm, hm. Oh, hier so mittig, äh... Hm. Ähm. Hä? Ähm, hä? 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 Was ist denn? Äh, äh, äh? Äh? Hm. Na gut. Manchmal hängt die Sprachsteuerung irgendwie. Ja, also hier eine Doppeltür. Dann hier schnell runterrennen, klack, blub, und hier durch. Und dann Tür zu und dann warten wir ab. Nö, hüben muss man uns das einfallen lassen. Na gut, na gut, da hinten werden sie nicht. Kommen sie nicht hin, da müssten sie auch die Eisenlupe zerdeppern. Aber hier durchs Tor werden sie hier. Na, da müssen wir dann so ein bisschen aufs Tor achten mit, ne? Wenn da zu sehen, wir sind da drin. Oh, ich muss da ein Geschütz-Dormain machen. Haben wir ja eigentlich oben drüber, ne? Aber hier fehlen noch welche. Obwohl wir ja da keinen 9mm bräuchten, hier könnten wir ja auch, hier könnten wir ja auch einen Schrohturm mit hinstellen. Aber inwiefern wird die Kamera beeinträchtigt, wenn wir jetzt hier einen Schrohturm noch mit 9mm machen. Na gut, machen wir alles beim nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Und ich kümmere mich, ne? Äh, Waffe, Axt. Wow. Hm. Dicke Wumme. Na jetzt, äh. Bis zum nächsten Mal.